Servus Leute, willkommen zum Christmas Cookie Book Tag, also zum Weihnachtsplätzchen-Buchtag. Ja, der Tag hat sieben Fragen und da fangen wir doch gleich mal an. Erstens, Ausstechplätzchen. Welche drei Bücher verbindest du mit deiner Kindheit? Ja, als allererstes von Patrizia Sankt John, Spuren im Schnee. Ein wundervolles Buch und ich lese euch auch gleich mal das hier hinten vor, falls ihr das Buch eben nicht kennt. Sieben Jahre ist Annette alt, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbauernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt keine Grenzen. Sie scheut keine Mittel, um Lukas zu bestrafen und wird dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Geschehene wieder gut zu machen. Er ist zu außergewöhnlichem bereit. Ja, setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann. Ja, das ist für Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Wundervolles Buch, das hier schon in der 26. Auflage. Ich habe es nämlich, das eigentliche Original an, ja, irgendwie ist es verschollen und ich wollte es mal wieder lesen und deswegen habe ich mir das hier in 26. Auflage nochmal gekauft. Ja, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe. Tja, und deswegen ist es das erste Buch. Ja, und dann ein weiteres Buch, das ist eigentlich ein Doppelbuch, da sind nämlich zwei Geschichten drin, von Matthias Martin, Gefahr aus dem Dschungel. Aber eigentlich eben das Tal der flüsterten, den Quellen ist quasi der erste Teil und dann das zweite Buch, das ist dann glaube ich, die Gefahr aus dem Dschungel. Ja, das hat in jungen Jahren so meine Leseleidenschaft geweckt. Also nicht nur jetzt Spuren im Schnee, aber das war so das erste Buch, das ich im Prinzip inhaliert habe. Denn ich habe das in einem Zug durchgelesen, nicht so wie bei Spuren im Schnee, immer so Kapitel für Kapitel, jeden Abend ein bisschen und so. Bei dem Buch, das war das erste Buch, bei dem ich nicht mehr aufhören konnte eben zu lesen. Und, tja, und dann von Michael Ende, Momo. Ja, eine der tollsten und faszinierendsten Geschichten überhaupt, falls ihr das noch nicht gelesen habt, ach Gott, schnappt euch das sofort, besorgt euch das und lest es. Das hat in gewisser Weise so ein bisschen meine Leidenschaft, meine Liebe zum Fantastischen geweckt. Und, ja, es war eben auch eines der allerersten Bücher, die ich so wirklich geliebt habe. Von dem her, ja, Momo. Dann, zweitens, Zimtsterne. Welchem Buch würdest du immer und immer wieder fünf Sterne geben? Ja, ich vergebe ja keine fünf Sterne mehr, ich vergebe Punkte. Aber 15 Punkte bei mir ist eben das Maximale. Und ich habe mich wirklich jetzt hier rumgeguckt und geschaut, was für ein besonderes Buch. Und es gibt schon immer die üblichen Verdächtigen, klar, das sind so, ihr kennt meine Lieblingsbücher. Harry Potter, ist klar. Herr der Ringe, auch klar. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Das sind lauter so Bücher, die ich für ganz Besonderes und über alles liebe. Aber ich wollte ein Buch, das mich vor Jahren ganz schwer beeindruckt hat. Ja, und das war damals Daphne Unruhs Himmelstiefe. Ich würde dem Buch, ich würde eigentlich allen, ja, der ganzen Welt um zauberte Elemente, eben, wobei dieses Himmelstiefe ja der allererste Teil ist, davon, ich würde ihm immer wieder irgendwie 15 Punkte geben. Ich liebe die Welt von Himmelstiefe, von der zauberte Elemente-Reihe. Und ich liebe die ganze Fantasy-Welt, die magischen Blasen. Ja, ich liebe die Charaktere, jede einzelne Protagonistin aus dieser Zauber der Elemente-Reihe. Und ich finde, die Reihe ist einfach immer wieder was ganz Besonderes. Und deswegen ist das Himmelstiefe bei mir. Drittens, Vanillekipferl. Für welches Buch hast du als letztes die Nacht durchgemacht? Sonja, die Sonja von Sonnige Bücher, die hat es vielleicht gestern mitbekommen, weil ich mit ihr noch um, keine Ahnung, wie spät, Sonja, wie spät waren das? Zwei, halb drei, drei, frühs in der Nacht noch mit ihr auf WhatsApp geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, sie hat auch noch was geschrieben. Ja, das war eben Lord of Shadows aus Die Dunkle Nächte von Cassandra Clare. Aus der Welt von Chroniken der Unterwelt, Chroniken der Schattenjäger. Ja, eines der tollen Spin-Offs. Da bin ich gerade kurz vorm Ende, also nachher lese ich das zu Ende. Ja, und ich konnte einfach nicht mehr aufhören gestern. Und ich musste unbedingt weiterlesen. Und naja, irgendwann ist es dann halt doch mal drei Uhr gewesen in der Nacht. Und, nu ja. Viertens, Nussecken. Welches Buch würdest du, ohne mit dem Wimper zu zucken, in die Ecke pfeffen? Äh, das ist die Bestimmung. Äh, ja. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht mehr über die Bestimmung reden, weil, äh, ja. Das hat mich damals irgendwie so enttäuscht, dass sich die Schreibweise und die Geschichte beim dritten Teil so komisch verändert hat, dass einem irgendwann, äh, du hast dann manche Sätze dreimal gelesen und ich hab dann zum Schluss irgendwie, war fast ein bisschen sauer, äh, wütend würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach sauer auf die Autorin oder wer immer den dritten Teil geschrieben hat. Äh, weil so verhunzt war das Ende. Äh, und ich bin noch nicht mal an den Punkt gekommen, wo man eigentlich ja nicht so spoilern soll, wer, wie, wo, äh, wie das Ganze auskommt. Äh, äh, ausgeht die Geschichte, äh, an dem Punkt bin ich ja gar nicht ankommen. Und, also von dem her, ich hab vorher abbrochen. Und, äh, egal. Die Bestimmung, die schmeiß ich in den Säck. Fünftens, äh, 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 Redmännchen, welcher Buchcharakter geht dir, seit du, äh, das erste Mal von ihm gelesen hast, nicht mehr aus dem Kopf? Ha, aus dem Kopf gehen ist vielleicht jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber damit ist ja wohl gemeint, äh, dass man so einen kleinen Spleen, äh, oder so einen kleinen, äh, äh, schon coole Charakter irgendwie, äh, ja, und bei mir ist das ganz einfach, äh, bei Rubinrot oder der Edelstein Trilogie von Kerstin Gier, äh, die liebe Gwen, äh, Gwendolyn Shepard, äh, irgendwie, ich hab, ähm, ich finde den Charakter einfach cool und das Mädel einfach irgendwie, die hat was, so wie sie beschrieben ist, äh, ja, irgendwie, die hat was einfach. Das ist so ein, so ein richtig, richtig tolles, tolles Mädel. Und, ja, ist halt, ist halt so. Äh, sechstens, äh, Heidesand. Welches Buch hatte ich das letzte Mal so richtig auf dem Trockenen sitzen lassen? Äh, positiv beziehungsweise negativ? Äh, bei mir ist das, äh, The Poison Diaries. Liebe ist stärker als der Tod. Das ist der zweite Teil von The Poison Diaries. Und, äh, auch der letzte. Warum auch immer. Äh, eigentlich hätte diese Geschichte noch weitergehen, sollen, äh, 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 die, äh, ja, es gibt aber einfach keinen weiteren Teil mehr. Weil, diese dumme Trulla, äh, wie, wie schimpft sich die? Äh, die Duchess of Northumberland oder irgendwie so. Also, das ist so eine englische, adelige Trulla, ja, äh, die sich dachte, hä, ich hab da so eine Geschichte im Kopf. Und, äh, ich, äh, ich, äh, besorge mir jetzt irgendwie so eine Ghost Riderin, oder Ghost Rider, äh, genau, da, Jay Northumberland. Äh, äh, ja, und dann hat sie sich, äh, äh, mit der ersten Autorin verstritten, mit der zweiten Autorin wohl verstritten. Und dann, äh, äh, ja, gab es einfach keine Fortsetzung mehr, äh, weil, ja, keiner mehr auf die alte Bock hatte, war, wahrscheinlich, oder so. So, und dann sitzt du halt auf dem Trockenen und willst eigentlich wissen, wie geht die Geschichte aus, wie geht sie weiter. Mhh, naja, das ist jetzt, äh, fast irgendwie noch schlimmer, als wird es zum Beispiel bei Altera. Bei Altera, äh, der Autor, äh, der schreibt ja weiter. Äh, nur, äh, gibt es halt keinen deutschen Verlag, äh, der das aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Ja, warum auch immer. Mhh, ja. Ähm, ja. Da saß man auf dem Trockenen, sehr. Äh, siebtens, äh, was ist deine Lieblingssorte an Keks? Äh, oder eben an Buch? Also, meine Lieblingsbücher, ähm, und ich will mich einfach nicht auf eins festlegen, äh, weil es das, weil das nicht geht. Ähm, ja, der Herr der Ringe. Äh, das ist einfach, äh, so viel mehr und so weit over the top, äh, und, und, äh, ja, deswegen für mich meine 16- und 17-punktigen Bücher, äh, ja, und die glorreichen sieben, stellvertretend hier mal der Stein der Weisen, äh, äh, das Werk von Tolkien um Mitteläde, ähm, ist einfach so geil, und, äh, ja, das Werk von J.K. Rowling um die glorreichen sieben Harry Potter Bücher, äh, die ganze Welt um Hogwarts, ähm, tja, das ist einfach so, so geil und so viel, äh, mehr als einfach die Summe ihrer selbst. Und das macht diese beiden Werke so besonders, weil es mehr ist eben als die Summe ihrer selbst, als nur die Bücher. Äh, und auch mehr als wie die Welt, das, äh, ist einfach mehr, das Quäntchen mehr. Was das einfach zu was Besonderem macht. Tja, äh, äh, in diesem Sinne, euch allen, äh, ganz leckere Plätzchen und, äh, frohe Weihnachten und guten Rutsch und, überhaupt, und, äh, liest mal wieder was. Ciao.